Hey, du hast mich zu Tode erschreckt. Tut mir leid. Geht's dir gut? Ja, ich frag mich nur, warum wir so ein großes Haus haben. Ich hab irgendwie Angst, wenn du nicht hier bist. Hast du wirklich Angst oder hast du etwa einen Horrorfilm gesehen? Nein, ich hab wirklich Angst, okay? Und wozu hab ich denn einen großen, starken Ehemann, wenn ich immer alleine bin? Ich schlaf nur mal besser, wenn du hier bist. Falls nämlich wirklich mal ein Einbrecher kommen sollte, wird er sich erstmal auf dich stürzen und ich kann wegrennen, okay? Das hast du wieder so schön gesagt, Hayley James. Du fehlst mir einfach. Los, komm nach Hause. Ich fühl mich wohler, wenn du hier bist. Tja, dann fang schon mal an, dich zu freuen, denn morgen Abend bin ich da. Es sei denn, die Flüge hier werden alle gestrichen. Wirklich? Ich hab grad richtig Herzrasen. So soll's sein. Also leg dich ins Bett und träum was Süßes, okay? Ehe du dich versiehst, bin ich zu Hause. Alles klar. Ich kann's gar nicht erwarten. Ich liebe dich, Nathan. Ich liebe dich auch. Also schlaf gut. Okay.